hey leute the lords is back und herzlich willkommen zu einem kleinen info video heute auf meinem kanal und zwar es gibt viel zu berichten jetzt über diesen channel was jetzt daraus werden wird und so und zwar ist es so wir zocken jetzt erstmal jetzt hier im hintergrund auf fort warux vorherrschaft in bf1 und nebenbei erkläre ich euch ein bisschen wieder was jetzt gerade passiert ist und so warum jetzt auch vor einer woche keine videos und so kam und zwar ich bin ja jetzt ab 1.8 in der ausbildung und fange auch neben der ausbildung auch meine berufsschule an und das heißt dass ich drei tage also drei tage lang berufs ausbildung machen und zwei tage berufsschule das heißt halt als ob man schule hätte hat fünf tage in der woche halt dass man arbeit plus schule macht weil ich ja noch schulpflichtig bin ich hoffe ihr könnt das verstehen und ja wie gesagt ich arbeite also arbeite bzw geht zur schule und das sind fünf tage in der woche das heißt ich habe zwei tage frei das ist dann meistens einen sonntag und einen samstag oder nun sonntag und ein anderer tag und dort habe ich dann wirklich nur halt die chance ein video hochzuladen das heißt leute ich kann halt eins bis zwei videos pro tag nur rausbringen wo kram kämpfer also ich kann nur eins bis zwei videos in der woche rausholen das heißt wenn wenn nur ein video kommt dann wisst ihr dass ich noch stress habe und so privat dem habe ich ja auch noch und das ist halt sehr sehr ich habe sehr 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 wenig zeit für youtube und ich hoffe ihr könnt das verstehen denn ich will jetzt auch nicht komplett wirklich aufhören mit youtube weil es mir auch noch spaß macht und so aber wenn es mir dann auch noch zu viel wird dann muss ich natürlich wirklich überlegen ob ich vielleicht doch mit youtube aufhörer aber jetzt erstmal noch nicht vielleicht werde ich auch noch ein paar spiele einschränken läuft der typ hat gehackt habt ihr das gesehen also ich habe sehr wenig zeit wollte ich nur damit sagen und ich hoffe ihr akzeptiert es auch aber es kommen ja noch videos jede woche 1 es wird wahrscheinlich meistens nur ein video kommen weil ich mich auch noch ausruhen müssen denn will auch kaputt von der arbeit und so ne also es kommen noch videos aber eingeschränkt ich muss gucken ich werde dann halt sozusagen das video raushauen worauf ich lust habe also wenn es mal battlefield ist ruhig mal battlefield wenn es mal arg ist dann mache ich mal arg arg kommt er jetzt nicht mehr wenn es mal gta ist mache ich mal gta wenn ich mal lust habe auch mache ich mal noch ein stream oder so ne also so dass wir das ist ne vielleicht mache ich auch noch mal eine runde star wars können wir auch mal noch mal machen also je nachdem worauf ich bock habe mache ich noch mal einmal pro wochen video und ich hoffe ihr akzeptiert das jetzt noch mal der war richtig heftig decke und ja ich schlage mal vor wer machen noch hier die kleine runde zu ende und ja also nur damit damit ihr das noch mal wisst ich höre nicht mit youtube auf aber wenn es mir noch trotzdem zu viel ist wenn ich trotzdem keine zeit habe sogar eine also in einer woche ein video rauszubringen dann muss ich wahrscheinlich wirklich mit youtube aufhören weil ich dann wirklich gar keine zeit da hat der geschluckt wird doch die schroth nehmen müssen ja nur damit ich das noch mal gesagt habe denn auf meiner arbeit da habe ich nicht nur frühschicht ich habe auch die spätschicht leute und wie ihr mich erkennt mache ich meine videos immer gegen abend und wenn wenn ich dann halt eine frühschicht habe dann könnten dann meinen das bestimmt alle nachmittag ja ich kann aber ich habe ja nicht nur youtube ich habe ja auch noch freunde und somit den ich mich treffen will ich gehe auch noch wenn ich wirklich ehrlich bin jetzt auch noch pokémon ein bisschen spielen und ja dann ist doch wieder der tag um leute und ich kann auch nicht immer ein video raus bringen also ich hoffe ihr versteht das habe ich jetzt schon fünfmal oder so gesagt der versteht das bitte ich weiß es wird es werden dann im monat wenn ich jetzt ein video mache 4 4 bis 6 videos nur im monat kommen aber wenn dann mache ich videos von den klassikern und klassikern sind sie zum beispiel gewesen rainbow bf1 naja mein kommt jetzt nicht mehr bf1 vor freitag der 13 das war auch noch das da habe ich auch noch bock zu spielen battlefield 1 rainbow so halt diese diese shooter hane ich bin halt die shooter horror klasse vielleicht noch mein guckt video mal gucken vielleicht mache ich mal noch ein stream dass wir vielleicht den ender drängen oder so gesehen auf meiner web mal gucken oder den river dass wir uns erstmal darauf vorbereiten dass wir auf der welt einfach weiter spielen und dann im separaten live stream dann halt machen gta wird dann wahrscheinlich auch noch kommen also halt diese spiele dann werden halt paar spiele eingeschränkt also ihr müsst es halt verstehen leute wir gucken erst mal wie es funktioniert tut mir leid leute mein hals ist heute auch ein bisschen broke sage ich mal und ich hoffe ich verstehe das dann und ja wir spielen jetzt hier die runde zu ende war das wird aber ein bisschen lange dauern man mit ihrer herriegel ich schlage vor wir machen nicht die runde zu ende so habe ich jetzt alles gesagt ja ich habe alles gesagt also ich gehe davon aus ihr seid damit zufrieden ich hoffe ich habe ich habe jetzt nicht ein paar view ein paar zuschauer jetzt verloren hier im jura ich hoffe nicht ich hoffe ihr seid noch daran jetzt wenn ich das video hochlage und ich hoffe ihr bleibt auch noch dran ja das war jetzt eine dumme idee also wie gesagt leute ich habe ich habe ja jetzt diese wochen video ich muss gucken ob ich vielleicht wochenende sonntag habe ich frei leute da werde ich sonntag wahrscheinlich ein video hochladen von freudä oder so muss ich mal gucken und ja freudä minecraft rainbow bf1 also die klassiker die halt wenn ich jetzt meine statistiken laut angucke sind jetzt zurzeit gta bf1 rainbow und minecraft also diese vier spiele ungefähr und freudäne also diese fünf spiele sind sozusagen die highlight dieses channel und wenn dann wenn diese fünf spiele dann nur noch kommen sozusagen und ja liebe leute dann würde ich sagen war es das mit diesem info video ich hoffe ich habe euch jetzt ein paar informationen gegeben und ja wir sind ja jetzt hier noch im hintergrund feuerschaft laufen habe ich jetzt einfach mal so enden gestartet und ach ja eine info habe ich ja noch zu erzählen wie gesagt es ist ja nicht schlimm wenn ich jetzt okay wir sehen uns halt seltener es kommen halt seltener videos aber wenn ihr wenn ihr mal ein paar andere youtuber schaut die machen auch nur ein zwei videos in links und jetzt bin ich auf dem kampf mit pro woche zum beispiel iblani julien ben und so ne die kennt ihr alle die kennt ihr alle die youtuber und die machen auch nur ein zwei videos okay die sind ja auch professionelle youtuber pro youtube youtuber aber wie gesagt durch die arbeit und so die schule habe ich mich erschrocken habe ich halt weniger zeit so um lasst ein like da wenn euch dieses kleine info video auch gefallen hat und jetzt hier das kleine gameplay vom pf1 ich schlage vor wenn wir treffen uns dann also wir sehen uns dann sonntag mit einer frischen folge weiß nicht rainbow oder so alles klar voll der heftige und ja mal gucken vielleicht rainbow also ich könnte jetzt noch mal gucken wenn ich jetzt auf meinem channel gehe was ich noch sagen wollte ist dass eine intro irgendwie seit zum youtube update kann ich mein altes intro also das haupt intro jetzt nicht mehr benutzen deshalb werde ich mein altes intro reinsetzen und ich finde es ist auch selbstgemachtes viel noch viel cooler laut meint also ich selbst finde mein selbstgemachtes share factory intro ok ohne effekt jetzt schöner als dings und ja und ja wir haben jetzt auch schon die 8000 insgesamt aufrufe geknackt leute und dafür danke ich euch noch mal ich hoffe dass noch unser kanal leben wird wie gesagt paladins ich werde ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr let's play oder battlefront und so wie gesagt vielleicht kommen ja noch neue games ähm ich ist es gerade just cause 3 ähm kostenlosen monat playstation plus und ähm ja ähm ich habe auch überlegt vielleicht just cause die ganze komplette story vielleicht mal in einem stream reinzupacken wenn ich zeit habe aber die arbeit alter das gibt es doch nicht mit revolver ähm aber wir müssen schauen ne schreibt mal die kommentare wenn ihr vielleicht just cause 3 sehen wollt wenn ich zeit natürlich hab ne also wie gesagt leute wir sehen uns dann sonntag wenn ich kann denn ich habe heute frei und äh sonntag also kommt dann sonntag wahrscheinlich minecraft oder friday muss ich gucken und dann sehen wir uns sonntag und ja ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren schönen tag und dann sehen wir uns sonntag haut rein liebe leute warte ich muss mich noch erstmal in sicherheit bringen hier bevor ich die aufnahme stoppe so also dann sehen wir uns leute und am sonntag peace out liebe leute und ciao